So eineinhalb Stunden hat der Aufstieg jetzt gedauert. Es war schon ziemlich hart und hat aber soweit alles ganz gut geklappt. Da unten, schauen wir mal, da war der Ort. Da sind wir gestartet. Da sind wir ungefähr 15 Meter unterm Gipfel. Und hier der Basti und der Shampoo, die sind schon oben und sonnensich. Die waren heute deutlich stärker als der Rest. Und hier sehen wir, da ist Schluss, Gott sei Dank, geschafft.